Oh, dann machen wir eine Wanderung. Komm mal hier, komm mal hier. Oh, schön. Ja. Hä? Achso. Ah, das Mini Level. Ah, ok. Ich versteh's schon, ich versteh's schon. Oh, wir müssen es einfach so schaffen. Wollen wir trotzdem mal rein? Was Spaß? Können wir machen. Ok. Erstmal... Hallo. Hallo. Du konntest ja nicht entscheiden, aber natürlich. Ne, suche ich einen Stern. Wir können natürlich auch mal einen Stern nehmen. Boah. Sag, ich mach die Augen zu und du sagst, wann ich hier hoch drücken soll. Jetzt. Ok, nochmal. Jetzt. Oh. Ein getroffen. Ja. Der hat dich getroffen. Aber nicht ganz lite. Oh, fuck. Ja, dann viel Spaß. Achso. Nö, das ist doch nicht so schlecht. Achso, wir müssen jetzt auf jeden Fall an den hoch. Ist ja wirklich... Also für mich ist es schwer, entscheidend. Juhu. Werde nicht genug, um mein Leben zu bekommen. Wie kommst du hier hoch? Wie haben die Bullet Bills ihn eingeschwettert? Ich mein, sie haben Hände, aber sie machen nie was mit den Händen. So, wir sind am Ende. Hoffentlich ist kein langweiliges Riesending da. Ja. Sondern... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Los geht's. Und yeah. Wir haben sehr viel Spaß. Das hörte sich nicht ernst. Ja, ehrlich. Finde ich nicht gut. So. Jetzt musst du hier wieder alles kaputt machen. Ja, jetzt sag doch nicht, dass ich hier die Verantwortung habe. Kein Wunder, dass ich dann immer sterbe. Angst. Ach, du willst einfach nur die Verantwortung nicht. Aber du hast doch jetzt hier die Macht. Oh mein Gott. Du hast die Macht. Von... Greyskull. ...Dummheit. Yay. Und die andere auch mal? Ja, super. Hast du gut gemacht, ich bin stolz auf dich. Dankeschön. Großer, blauer, grüner, rot Dingens Typ. Oh. Alter, ich will nur auf der anderen Seite. Ich will da oben. Hast du gut gemacht. Oh. Okay. Oh Gott, ich habe jetzt gerade das... Ich habe die Mütze gesehen und... Ah. Damit. Ich habe sie aber, ich habe sie aber. Vorsicht. Die Lava ist doch schon heißer als... Ein bisschen heiß? Oha. Äh... Tante Olga. Oh nein. Aber wir müssen da oben. Niemand ist... Scheiß drauf. Niemand ist heißer als Tante Olga. Ja. Ah. Jetzt siehst du, das meine ich. Man muss nur an einem Fuß... ...in Lava fallen. Schon ist man... Tot. Nicht verbrannt, man ist tot. Eigentlich nur verkrüppelt, aber... ...die machen riesen Dinge draus. Ja, das stimmt. Das ist blöd. So. Ah nein. So. Und auf geht's. Eigentlich hat man auch weiß an. Er hat auch seine Tage. Danke. Danke. So. Mann wie Luigi assiger wird. Ah. Ah. Und wie ich einfach weg von ihm wollte. Thanks. So. Wir spielen jetzt getrennt. Geh. Scheiß drauf. Brauche ich eh nicht. Ah. Brauche ich eh nicht. So. Ich möchte jetzt ohne dich weiter. Ja. Versuch's doch. Ja, mach ich. Ich war sowieso oben. Oder willst du oben lang? Ne, mach doch mal. Muss ich. Warte. Warte. Ja, ja, ja. Hm. War ja gar nicht so dumm von dir. Da ist ein bisschen Leben. Ja, ich guck mal. Ich guck mal. Jo. Für ein Leben in den Tod. Ja, was soll denn das? Oh, oh, oh. Was soll denn sowas? Was soll denn sowas? Ist lustig. Ja. Witzig. Lustig, nicht witzig. Nein, ist auch nicht gut. Oh, Mann. Die Kugel ist cool. Du stehst nur wirklich so auf dem Weg. Oh, Mann. Die Kugel ist cool. Ja, 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 ja. Jetzt nimm den. Mann, das ist fisch im Kinderland. So. Ich muss mich um die Münzen kümmern hier. Ich hab verantworten. Oder soll ichs machen? Lass ich die Münzen holen? Ja. Hast du doch das jetzt nicht gemacht. Fahr! Das war auch hier zu. Oh! Warten wir ein bisschen ab. So. Alles wird gut. Alles wird gut. Alles wird gut. Das heißt, wann gehen die runter? Wenn wir da rauf gehen oder so? Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir dürfen uns nicht im Weg stehen jetzt. Wir müssen uns voll vertrauen und Künanala da sein. Ich schubse dich ins... Äh, ich mein, ins Paradies. Alles wird gut. 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 Alles wird super. Oh mein Gott. Wir schaffen's. Da, 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 da. Perfekt. Und... Oh, Glücklich. Nein. Ach, was das böse. Los, los, los. Ja, ja, ja. Ah, das ist ein großer. Wir schaffen's. Wir schaffen's. Und... Ah, schnell weg. Warte, wir schaffen's, wir schaffen's. Warte, ich helfe dir. Thanks, und weiter. Okay, hier. Yes! Das ist das Gegenteil von No. Und ich werde Yes mal heiraten. Hoffentlich sagt er Ja. Denn Yes ist... Okay, iPod, du Gucker, wissen wer Yes ist. So. So. Hallöchen, was passiert mit ihm? Und Attacke! Sieht aus wie ein Rocker. Rocker? Ja. Und? Oh Gott. Okay, ja, er ist wirklich ein bisschen. So, Achtung! So schwer ist es nicht. Wait, so schwer. Ah, ah. Vorsicht! Oh ja, ganz ruhig. Vorsicht! Ja. Ja, du schaffst es. Oh. Du machst ihn tot. Du machst ihn tot. Du machst ihn tot. Yay. Nein! Ich hau ihn gerade. Ich habe letztes Mal schon nicht geschafft. Das hat mir sehr weh getan. Also ich das auch nicht bekommen hab. Oh, ich hab nur noch 5 Leben. Wie schnell es geht denn? Hä? Habe ich gar nicht mitbekommen? Ja, ich schon. Ich auch irgendwie, weil... Ich muss alles machen. Oh, es gibt nächster Level! Schon wieder. Wie wärst du denn in den Schlüssel nimmst oder so? Keine Ahnung, du immer Respekt einholst. Über den Wolken kann man euch nicht gehen. Nein, 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 nein. Das ist Weißes. Warum gibt's auch ne Burg? Wem gehörte die Burg vorher? Warum nehmen wir die Burg ein? Gehört ihr uns jetzt? Ja. Dürfen die verkaufen? Vermieten? Nur verkaufen. Ne? Ich hab ja schon nur ne Burg leben. Ich will sie verkaufen. Du hast doch gefragt, ob wir da leben dürfen. Ja. Weil wenn ja, dann kann ich sie auch verkaufen, oder? Oder ich kann sie vermieten. Oder so. So. Dann gib mir mal ein Power-Up, bitte. Dann mach ich mal. Guck mal. Kopfball. Ach ja. Die sind immer toll. Oh nein, die hasse ich. Oh Mann, ich wollte das. Die hasse ich so. Die hasse ich so. Entschuldigung. Lalalalala. 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 Ja, jetzt. Lauf. Ah, Mann. Oh. Das ist fast unfair. Die kann ich doch gar nicht sehen. Eigentlich müsste ich den aber so sehen haben. Oh. Scheiße. Du bist voll im Teich. Du kannst immer blasen. Den geht dran. Ja, ich... Alles vergessen. What the fuck? Warte, warte, warte. Willst du das machen? Ah. Ja. Ich mach's so. Willst du oben lang? Ah ne, okay. Müssen wir doch nicht. Müssen wir uns aufpassen. So. Woah. Ja, aber es war... Knapp dein Leben ist auch vorbei. Aber du holst. Ich hab's gemeint. Es war eigentlich richtig. Hey. Ruft er. Er ruft noch. Hey. Help me. Ja, macht Navi auch. Und trotzdem nervt sich. Juhu. Ja. Juhu. Aaaaah. Danke schön. Ja. Damo Tu. Deine, deine... Was machst du denn! Mich runterschmeißen und dann blasen. Na ja. Wieso wartest du denn? Wieso nicht auf mich auf mich? Ja, komm. Ja, warte. Warte. Kann ich toll warten? Der Screen geht von alleine weiter. So, pass auf, da ist ein... Ah, schon getastet gehabt. springt nicht glück und dann können wir du dich um alles ich geh unten sehr gut Power Up! Yeah! Ice Mario, Ice Beachy, zusammen sind wir die Eisbrüder! Ding, 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 der Hölle! So kann man sich sehen lassen! Ja dann hol du die! Oder hol die nicht! Ja! Danke, wegen dir habe ich jetzt meine Eisfähigkeit gemacht Nicht wegen mir, wegen dir selber würde ich das so sagen Kannst du alleine die Welt retten Ja, mach ich auch Wir sind keine Eisbrüder mehr So! So! Ich hol die Münzen für uns beide Ja, ja Oh! I help you! Ahem Was ist da gerade passiert? Ah, ich habe gerade nicht hingeguckt Weil ich so scheiße spiele Okay Na gut, wir nehmen auf Dann kannst du es ja wieder mal angucken Ja Kann ich gucken Was da passiert ist Wie scheiße du bist Wie scheiße ich bin Ah, geh du jetzt oben lang Ah scheiße, ganz oben ist noch eine Mutter Theresa hilft mir So Glück gehabt, dass es das hier gibt Ja, du Dann geh du vor Dann geh du vor Und geh mir nicht in den Weg Entweder oder Ach, scheiß drauf, Mann Genau Dann komm mal du dich da rum Alles wird schön Alles wird gut Die Oma freut sich Einen Keks Und diesen Keks Isst sie dann Obwohl er schlecht ist Und dann wird sie krank Und dann sagt die Oma Oh mein Gott, ich bin krank Aber warum? Ich bin doch immer in die Kirche gegangen Und dann sagt der Oma Aber du stinkst Und dann sagt sie Ach, ich glaube du liebst mich Nein Ich habe schon immer Tante Olga geliebt Weil die ist viel hotter als du Mann Na Warum hast du mich denn so? Na ich? Ja Warum machst du, dass ich immer meine Fähigkeiten verliere? Nur geh, nur geh, nur geh Zu viert muss das ein geiles Spiel sein Du hast auch verloren Oh Steht der da? Nein, er geht nicht rein Er geht einfach Ich wollte oben hin Was wolltest du denn oben? Wir haben schon alle drei Münzen Vielleicht war dann Power-Up Ist egal So Ja, rein in die Kisten, Alter Und ab geht die Party Was müssen wir machen? Ah, wir müssen ihn reinschubsen Ach so Das ist voll Oh, voll Mobbing Heftig Heftig Ja, aber das ist ja eigentlich kein Problem Ach so, wir können so super drehen Hehehe Hehehe Wir werden voll gegenseitig Ist doch lustig Aua Das magst du, ne? Ja Das findest du schön Ah, ich bin tot Sei vorsichtig Danke Oh, hab ich ohne Luigi das geschafft Oh, da schwebt er schon wieder Hehehe Tschüss Alleine auf dem Bild Sieger der Herr- Ah, hallo Carmen Wah, 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 wah Na ja Hehehe Hey Ich alleine fallen jetzt? Weil Luigi zu feige? Ah Hehehe Oh man, aber trotzdem, dass es ein Wolkenland gibt. Oh mein fucking Gott. Wir hatten eben überhaupt keine Ah, Amadeus oder Mozart oder irgendwas. Was ist das, seine Frisur? Jo. Irgendwas so aus wie bei mir. Ja, stimmt. Wenn du einen guten Tag hast. Ja. So, du hast noch zwei Leben. Langt. So, dann wollen wir mal gucken, was diese Welt für ein Gimmick hat. Ach so, Mario Brothers 3, die Röhren nach oben. Wir sind doch schon nach oben. Wir sind doch schon oben. Ah, schön. Ach. Yay. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Oh, wie du von beiden Seiten umarmt wurdest. Wie süß. Ich warte hier. Hey you. So. Jo, danke fair. So, aber ist in Ordnung. Ist ja nicht so schlimm. Ich will hier noch irgendwas sehen. Ah. Warte kurz, bitte. Was ist denn? Warum ist das da drüber? Dein Leben? Ja, guck du mal. Ah. Meiner. Da rutschst du aber in die Blasenschwäche. Nein, er wartet nicht. Wieso sollte ich denn warten? Wenn du auf dem Weg wieder fallen kannst. Wenn ich das behinderte Kind über die Straße tragen kann, ist das viel sicherer, als zu sagen, komm hinterher her. Weil ich weiß es ja nicht an rotes und wo nicht gehen und wo nicht stehen soll. Ja. Aber auf dem Weg wird das behinderte Kind auch ein anderes Kind töten. Warum nicht? Oh mein Gott. Also man darf hier keine... Wünschen ist nicht so toll. Ja. Wir haben noch kein Dach. Endlich. Warte. Thanks. Darf ich versuchen reinzugehen? Schieß mal, don't. Bei ihm ist A. Der A. Knopf, der meist gedrückt hat. Halt die Klappe. Was? Mann, ich kann das Teil nicht totschießen. Dann warten wir und machen uns in den alten Spielen. Ah, okay. Wir können nicht mehr. Ja, ja. Ja, ja. Jetzt habe ich jemals gesagt, das ist keine gute Idee. So, den kannst du aber schießen, oder? Das schaffst du. Sehr gut. Gut gemacht. Ist du denn gleich durchgezogen? Das ist ein beschissene Spiel, Alter. Was ist denn das für ein Kack, ey? Das ist ein lustiges Spiel. Ich finde das nicht mehr so lustig. Warum nicht? Lach doch mal. So, in die Fresse... Oh, scheiße. Voll vergessen. Ja, ich habe es wieder vergessen. Guckst du zum Gesicht drauf? Guckst du zu mir? Ich dachte, mit einer fetten Arschbombe oder mit einem dicken Arsch... Ja, dicke Arsche können vieles, aber nicht Piranha pflanzen. Wer immer runterguckt in einer Blase. Was machst du da? Naja, wenigstens habe ich mein Leben behalten. Ja. Das finde ich auch gut. Weil... Ne? Noch ein Anlauf. Aber eigentlich brauchst du noch einen Anlauf. Weil dann bist du wieder... Gleich auf mit der Welt. Mit der Welt. Cookie oben! Cookie oben! Cookie oben! Cookies! Da oben sind keine Cookies. Nur ekelhaft dunkle Wolken. Ja komm, wir schaffen das jetzt. Wir dürfen nicht so... Wir dürfen nicht so München teil, ne? Wow! Hä? Keine Münze? Oh, geil ein Bild haben. Scheiße. Aber jetzt kann ich endlich... Alles weg... What? What the fuck? Aber da muss noch eine Münze sein, sonst wäre das alles egal. Ich habe keinen Bock bei diesem Scheiß. Was möchtest du nicht sein? Achso, die Blase. Ja, das ist doch... Dein Zuhause. Ja, stimmt. Nein, du warst doch vorhin richtig gut. Deshalb, du musst nur ein bisschen konzentrieren, nicht aufregen über die Blase. Und ein bisschen aufpassen, wo du hinspringst. Dann geht das alles. Du schaffst das. Wow! Soll ich mal vorgehen? Ja, komm schon. Guck mal, wie die tanzen. Ja! Ja, es kommen bestimmt noch andere. Ich finde jetzt auch gerade anstrengend hier. Muss ich zu dir. Man muss echt aufpassen. Okay. Yeah, wir haben alle. Wir müssen nur noch durchkommen. Und was tun wir? Indem wir so machen. Und sofort weiter geht. Wart nicht mal auf dich. Ach, geht hier auch gar nicht. Warte, ich hab dir ja versprochen. Komm. Oh mein Gott. Und. Yay. Ah, fuck. Du hast ihn jetzt halt noch schaffen. Aber 8000 Punkt ist auch gut. Bin ich zufrieden mit? Nein, bin ich nicht. Ich will ja vielleicht 99, komm, schaffe ich nicht mehr. Ja, ach so. Ja. Äh, ja. Wir machen das Tothaus noch. Und dann machen wir nur kurz Pause. Denn Mozart macht mehr Angst. Ich weiß nicht, wie heißt er noch mal. Ja, du blutest schon wieder. Ah, fuck. Aber eben nicht. Also. Kommt du fahren. Guck mal. Mario ist auch los. Pass ja voll schnell. Du hast ja gesagt, aus allen Löchern. Ja. Aus dem Bauchnabel auch. Das ist kein wirkliches Loch. Susi, bist du zu Hause? Ein Barbie-Potet. Oh, oh, oh. Da hab ich den Mann. Da war der Mann zu Hause. Da hab ich den. Oh, Polizia. Oh yeah. Ich werd jetzt alles kaputt machen. Ich geh mal zu Olga. Olga. Oh, ja. Ein Stern. Sie mag mich auch sehr gerne. Ja. Kann man unbedingt einen Flieger sein. Oh, 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 oh. Von Anke war der Mann zu Hause. Ich möchte nicht, ich möchte nicht derjenige sein. Ich hab immer alles kaputt. Ja. Sehr gut. Yay. Ach man, ich will aber nicht derjenige wieder sein. Ach. Hier? Ja, keine Ahnung. Verdammt. Ich hab gesagt, ja, keine Ahnung. Ich wollte unten links. Tja. Wieso hörst du denn immer auf dich? Nicht auf mich. Ich wollte unten links. Ach so. Ja, mein ich ja. Ja, ja. Okay. Dann sehen wir uns. Wir haben jetzt keinen Super. Machen wir nächstes Mal. Und ich hab Angst vor der Welt. Dafür können wir ja unsere Helme vielleicht auch mal benutzen. Wenn's zu nervtötend wird. Aber guck mal, sehr klein. Ach nee, das ist Mittelweg. Ja, Wolkenwelt. Sehr schön. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Und verabschiede ich. Ach so, ja. Nicht schlagen. Nur verabschieden. Ja, okay. Ich schlage nicht mehr. Ich verspreche euch. Ich stehe da drauf. Die sechste Welt war super geil für mich. Ja. Na okay, gut. Wir sehen uns. Oder wir hören uns. Oder ihr seht uns. Wir sehen euch auch. Aber pscht. Ja stimmt. Wir haben überall Kameras installiert. Also passt auf, was ihr macht. Oder eben nicht. Viel geiler. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.